Herzlich Willkommen zurück zur Dirt 4, weiter mit meiner Wenigkeit Labor. So, wir gehen zur nächsten Rallye. Ähm, ja. Start würde ich sagen. Ich bin gespannt, ob ich jetzt das Auto vielleicht etwas updaten kann. Wir haben neue Sponsoren im letzten Video gemacht und dies und jenes. Wenn das jemanden interessiert, dann müsst ihr da mal vorbeischauen, bitte. So. Okay, weiter. Was haben wir? Trocken um 10 Uhr und ein bisschen fahren war. Testfahrtenfahrzeug verbessern. Ja. Können wir jetzt hier ein besseres Triebwerk einbauen. Zum Beispiel Motor. Rang C. F und E. Der Motor wandelt. Warum darf ich das denn jetzt nicht haben? Rang C. Können wir hier rausgehen? Ja. Rang C. Okay, okay, okay. Wartet mal. Dieses... Oh. Nein. 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 Möchtest du das Spiel beenden? Nein. Endfahrzeug, mein Team. Anlagen. Das brauche ich. Da brauche ich Rang C. Und das kostet 120.000. Kaufen. Danke. So. Und jetzt wird das nämlich funktionieren, ne? End. Karriere. Äh. Ja, weiter, ne? Jetzt bin ich gespannt, Leute. Bäm, 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 bäm. Ob das jetzt wirklich funktioniert? Das werden wir gleich sehen. Aber was man alles machen muss, Leute, jetzt ohne Scheiß. Kostet 6.000. Könnte ich jetzt zum Beispiel kaufen. Reparatur dauert länger. Aber das ist immer so. Umso höher nachher die Klassen gehen, umso länger dauern die Reparaturen. Was kostet zum Beispiel ein Turbo? 2.000. Was wir machen? Wir gehen bei, bauen einen besseren Motor ein. Und einen besseren Turbo. So. Und jetzt Wertungsprüfung starten. So. Was will ich schon mal? Ich weiß, dass mein Ruf gut sein muss. 4, 3, 2, 1, los. Kuppe. Boah, hatten wir das. In rechts, 6. Links, 6. Offene Kehre links. Innen halten. Alter, was springt der jetzt? Nicht schneiden. 60 über Kuppe, 80. Über Welle. Sofort offene Kehre rechts. Innen halten. Rechts, 6. Links, 6. Hier auch so dämlich. Wir hatten schon 10, ne? Rechts, 3. Oh, 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 oh. Links, 6. Über Kuppe. Durch Tor. Rechts, 5. Über Kuppe. Links, 3. Lang. Nicht schneiden. Rechts, 3. Über Kuppe. Durch Senke. Durch Tor. Durch Senke. Links, 3. Kuppe. Rechts, 3. Lang. Kuppe. Links, 5. 80. Ja, mir kommt das jetzt nur so vor oder das Auto ist wirklich eine ganze Ecke schneller. Rechts, 4. Über Kuppe. Durch Senke. Mittig halten. Über Kuppe. Rechts, 6. In links, 2. Lang. Macht auf. Über Kreuzung. Nicht schneiden. 60. Links, 6. Rechts, 4. Links, 3. Mittig halten. Über Kuppe. Rechts, 4. Über Welle. Nicht schneiden. In links, 2. 60. Kuppe senken. Rechts, 6. Rechts, 4. Durch Kuppe. Durch Kuppe. Durch Senke. Mittig halten. Über Kuppe. Links, 6. Durch Senke. Links, 4. Über Kuppe. Durch Senke. Links, 6. Oh, wie geil war das denn? Über Kuppe. Links, 6. Über Kuppe. Sprezzwasser. Links, 6. Über Welle. Rechts, 3. Links, 6. Über Kuppe. Durch Tor. Links, 6. Über Kuppe. 2. Über Kuppe. Rechts, 5. Oh, da war ich zu schnell. 80. Links, 6. 80. 80. 80. Durch Senke. Klasse. Mittig halten. Übersprung. 100. Verkackt. Links, 6. Durch Senke. Links, 4. Über Kuppe. Durch Senke. Links, 6. Mittig halten. Über Kuppe. 60. Kuppe senke. Rechts, 6. Rechts, 4. Über Kuppe. Durch Senke. Mittig halten. Über Kuppe. Durch Tor. Durch Senke. Links, 3. Kuppe. Rechts, 3. Lang. Kuppe. Links, 5. 60. Mittig halten. Über Kuppe. Wir waren wirklich schnell unterwegs, Leute. Mittig halten. Genau zum richtigen Zeitpunkt in meinen Augen den Motor gewechselt und den Turbo. Rechts, 4. Über Kuppe. Durch Senke. Mittig halten. Über Kuppe. Links, 6. Durch Senke. Wir haben uns leider nichts gebracht. Alles klar. Langsam für den Marshal. Das Rennen war geil. Ohne Scheiß. Okay, wir sind nicht so weit vorne wie erwartet. Beim nächsten Mal musst du einen Zahn zulegen. Das würde ich gerne nochmal probieren. Ich weiß, Pech ist Pech. Und das ist eigentlich auch mein Statement. Aber ich würde die gerne einfach nochmal fahren, weil ich die gut finde. 5, 4, 3, 2, 1. Los. Kuppe. Einfach so, Leute. Links, 6. Offene Kehre links. Innen halten. Nicht schneiden. 60 über Kuppe. 80. Über Welle. Sofort offene Kehre rechts. Innen halten. Rechts, 6. Links, 6. Über Kuppe. Links, 6. Über Welle. Rechts, 3. Links, 6. Über Kuppe. Durch Tor. Rechts, 5. Über Kuppe. Links, 3. Lang. Nicht schneiden. Rechts, 3. Über Kuppe. Durch Senke. 60. Durch Tor. Durch Senke. Links, 3. Kuppe. Rechts, 3. Lang. Kuppe. Links, 5. 80. Kuppe. Senke. Rechts, 6. Rechts, 4. Über Kuppe. Durch Senke. Mittig halten. Über Kuppe. Rechts, 6. In links, 2. Macht auf. Über Kreuzung. Nicht schneiden. 60. Links, 6. Komm Baby. Zieh. Rechts, 4. Links, 3. Mittig halten. Über Kuppe. Rechts, 4. Über Welle. Nicht schneiden. In links. 2. 60. Kuppe senke. Rechts, 6. Alter Schwede. Durch Senke. Mittig halten. Über Kuppe. Links, 6. Durch Senke. Links, 4. Über Kuppe. Durch Senke. Links, 6. Mittig halten. Über Kuppe. Links, 6. Über Kuppe. Spritzwasser. Links, 6. Über Welle. Rechts, 3. Links, 6. Über Kuppe. Durch Tor. Links, 6. Über Kuppe. 2. Über Kuppe. Nicht schneiden. Jetzt muss man das Schnappenbremsen. Rechts, 5. Links, 6. Nicht schon wieder. 80. 80. Durch Senke. Mittig halten. Übersprung. 100. Links, 6. Durch Senke. Links, 4. Über Kuppe. Durch Senke. Links, 6. Mittig halten. Über Kuppe. 60. Kuppel Senke. Rechts, 6. Rechts, 4. Über Kuppe. Durch Senke. Mittig halten. Über Kuppe. Durch Tor. Durch Senke. Links, 3. Kuppe. Rechts, 3. Lang. Kuppe. Links, 5. 60. Mittig halten. Über Kuppe. Uiuiui. Durchsenke. Mittig halten. Übersprung. 100. Kuppel senke. Rechts. 6. Rechts 4. Über Kuppel. Durchsenke. Mittig halten. Über Kuppel. Links 6. Durchsenke. Bis Ziel. Okay. Fahr zum Marsch. Das ist so genial. Ohne Scheiß. Das macht so einen Spaß. Das ist der Wahnsinn. Das ist so cool. Einfach. Okay. Da kommt sogar noch eine. Da haben wir kein Servicebereich. Nächstes haben wir dann erst wieder Servicebereich. Okay. So ein cooles Spiel. Einfach. 4,96 Kilometer. 45 Meter Höhe. Leichter Schotter. Mittlerer Schotter. Okay. Weiter geht's. Okay Leute. Kein Regen. Bei der Racky bin ich auf ein oder zwei Stellen gestoßen, bei denen wir vorsichtig sein müssen. Viel Glück. Okay. Ein bis zwei Stellen. 5,4,3,2,1. Los. In links 6. Durchsenke. Rechts halb. Über Welle. Links 6. Rechts 5. Links 5. Über Welle. Achtung. Kuppe. Rechts 1. Links 4. In links 6. Durchsenke. Links 4. Über Kuppe. Nicht schneiden. Ich seh nichts. In links 6. Durchsenke. Rechts 2. Links 3. Rechts 4. In offene Kehre links. Lang. Durchsenke. Nicht schneiden. In rechts 6. Links halten. Über Kuppe. Rechts 5. 60. Links 6. Über Kuppe. Links 6. Über Welle. Rechts 3. Links 6. Über Kuppe. 150. Wir haben so ein bisschen Probleme bergauf. Meiner Meinung nach. Da hat er wirklich wenig Leistung. Rechts 6. Über Kuppe. 60. Links 6. Über Kuppe. 2. Über Kuppe. Nur 8 da. Rechts 5. Links 6. Mittig halten. Über Kuppe. 80. Durchsenke. Mittig halten. Übersprung. 60. Rechts halten. Über Kuppe. Links 3. Rechts 4. In links 6. 130. Über Welle. Sofort. Auf der Kehre. Innen halten. Okay, weiter geht's. Was war das, Alter? Ich hab einen Flipflot gemacht in der Luft. Rechts 4. Über Kuppe. Links halten. Durchsenke. Rechts 2. Durchsenke. Links 3. Nicht schneiden. Links 5. Rechts 4. Über Kuppe. Links halten. Durchsenke. Rechts 2. Durchsenke. Links 3. Nicht schneiden. 100. Kuppe. Sofort. Rechts 2. In links 1. Rechts halten. Über Kuppe. In links 2. Land. Oh. In links 2. Land. Ja, da hab ich's selbst verkackt. Achtung. Kuppe. Sofort. Rechts 1. Nicht schneiden. In links 6. Durchsenke. Links 4. Über Kuppe. Nicht schneiden. In links 6. Durchsenke. 100. Links 5. Nicht schneiden. Rechts 3. 90 Grad rechts. Rechts 4. Links 5. Nicht schneiden. Rechts 2. Links 3. Rechts 4. In offene Kehre links. Lang. Durchsenke. Nicht schneiden. In rechts 6. Links halten. Über Kuppe. Rechts 5. Rechts 6. Links 4. Achtung. Da vorne. Rechts 3. Links 6. Über Kuppe. Durchsenke. Links 3. Kuppe. Nicht schneiden. Auto gestanden. Rechts 3. Lang. Nicht schneiden. Kuppe. Links 5. Links 3. Durchsenke. Mittig halten. Über Kuppe. 60. In offene Kehre. Rechts. Lang. Nicht schneiden. 60. Durchsenke. Links 3. Wieder gut rangekommen. Bis zielen. Aber hat nicht gereicht. Okay. Fahr zum Marshall. Aber ist okay, Leute. 3 Sekunden Rückstand. Ist noch nichts gesagt. Aber es ist echt hardcore, Leute. Ohne Scheiß, Alter. Okay, der Marshall hat bestätigt, dass wir keine gute Platzierung erreicht haben. Das können wir besser. Ja, ich weiß. Aber Fehler ist Fehler. Weiter, Leute. Ich brauche Reparaturen. Wir brüchten ein bisschen Geld. Money, money, money. Money, money, money. Money, 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 money. Ich hoffe, dass wir das Auto reparieren können. Nicht, dass uns gleich die Kohle ausgeht. Das wäre ziemlich peinlich, Leute. Okay. Kein Regen. 13.50 Uhr. Okay. Fahrzeug reparieren. Empfohlene Reparaturen. Karosserie. Scheinwerfer. Stoßdämpfer. Sonst nichts kaputt. Sehr gut. Dann können wir das Auto-Fahrzeug noch waschen, bitte. Und Reparaturen bestätigen. Sehr schön. Differenzial einschätzen, Kosten, Gratis. Hat er doch mehr gewechselt? Naja, okay. Ja, Wertungsprüfung starten. Ab geht's. Es gibt nichts vom Marschall zu berichten. Also, viel Glück. Okay, danke. 4 Minuten 10. 5, 4, 3, 2, 1, los. Rechts 4, über Kuppe. Durchsenke. Mittig halten. Über Kuppe. 80. Rechts 2. In links 4. Überwellen. Nicht schneiden. Rechts 3. Links 4. Rechts 6. 80. Rechts 2. In links 4. Überwellen. Nicht schneiden. Rechts 3. Links 4. Rechts 6. 60. Kuppe senke. Rechts 6. Rechts 4. Über Kuppe. Durchsenke. Mittig halten. Über Kuppe. 60. Rechts 6. Links 5. Über Kuppe. Rechts 6. Kuppe. In links 6. Durchsenke. In links 6. Durchsenke. Links 4. Über Kuppe. Nicht schneiden. In links 6. Durchsenke. 100. In links 6. Durchsenke. Links 4. Über Kuppe. Nicht schneiden. In links 6. Durchsenke. 150. Rechts 4. Links 1. Welle. Senke. Rechts 5. Über Welle. Links 5. Rechts 6. In links 6. Durchsenke. Links 4. Über Puppe. Nicht schneiden. In links 6. Durchsenke. 150. Über Welle. Sofort offene Kehre rechts. Innen halten. Rechts 6. Rechts 3. In links 2. Durchsenke. In rechts halten. Durchsenke. Links 4. Über Puppe. Rechts 5. In links 6. Durchsenke. Links 4. Über Puppe. Nicht schneiden. In links 6. Durchsenke. 150. Kuppe. Sofort rechts 2. In links 1. Rechts halten. Über Puppe. Ich komme mit diesen 2 absolut nicht klar. Rechts halten. Über Puppe. In links 2. Land. 2 ist richtig schnell noch. Achtung. Kuppe. Sofort rechts 1. Und 1 ist dann schon wirklich fast stehen. Rechts 6. Links 4. Und die 1 war schnell. Also rechts 3. Da komme ich manchmal nicht klar. Links 6. Über Puppe. Durch Tor. Rechts halten. Über Puppe. Links 3. Nicht schneiden. Rechts 4. In links 6. Nicht schneiden. 80. Links 6. Über Puppe. Links 6. Über Puppe. Rechts 3. Links 6. Über Puppe. 80. Rechts 6. Links 5. Über Puppe. Rechts 6. Kuppe. In links 6. Durchsenke. 80. Über Puppe. Sofort offene Kehre rechts. Innen halten. Rechts 6. 100. Rechts 4. Links 1. Puppe. Senke. Nicht schneiden. Rechts 5. Über Welle. Diesmal nicht. Links 5. Rechts 6. In links 6. Durchsenke. Links 4. Über Puppe. Nicht schneiden. In links 6. Durchsenke. 100. Rechts 3. Nicht schneiden. In links 2. Durchsenke. In rechts halten. Durchsenke. Hört das? Links 4. Über Puppe. Nicht schneiden. Rechts 5. Rechts 2. Links 3. Rechts 4. Mann! Ach. Lass mich doch bitte zurücksetzen. Rechts 4. In offene Kehre links. Lang. Durchsenke. Oh. Scheiße. Links halten. Über Puppe. Aber das war doch eindeutig Tappfuss. Oder nicht? Über Welle. Sofort offene Kehre rechts. Innen halten. Rechts 6. In links 6. Durchsenke. Strecke ist hart. Links 4. Über Puppe. Nicht schneiden. In links 6. Durchsenke. 100. Links 1. Kuppe. Nicht schneiden. In rechts 2. Lang. Okay. Weiter geht's. In rechts 1. Lang. Macht auf. Nicht schneiden. Richtig schlecht gefahren bin ich. In links 2. Kuppe. 150. In diesem blöden Geräusch. Und er mir nicht gesagt hat, was es ist. Kuppe. Sofort. Rechts 2. So irritiert hat es mich. In links 1. Rechts schneiden. Rechts halten. Über Kuppe. In links. 2. Lang. Das wird letzter Platz. Achtung. Kuppe. Sofort. Rechts 1. Rechts 5. Durchsenke. Bis 10. Die 1 war jetzt schon wieder lächerlich. Das waren mit 80 Kammern nicht mehr 1. Okay. Bring es zum Marshall. Also den Sinn habe ich noch nicht so ganz verstanden. 1 ist doch eigentlich 1. Meiner Meinung. Ich bin 7. geworden. Mit 20 Sekunden. Also richtig verscheißen. Wie es scheint sind wir am unteren Ende der Tabelle. Ach. Lass uns das Ergebnis umdrehen. Ach. Sag nicht sowas. Wie soll ich das noch umdrehen? Pappen Eimer. So. Jetzt muss ich mit dem Auto noch ein Event fahren. Oh Mann ey. Ich habe so verschissen Alter. Dieses 1 und 1 mit Kreuz. Da muss ich ein bisschen mehr drauf achten. Weil ich gucke dann oben nicht hin Leute. Ich konzentriere mich wirklich extrem auf die Strecke. Und dann 1 mit Kreuz ist eng und 1 normal ist 1. Ja. Ist nicht so einfach. Nur ein bisschen. Das Auto ist kein schöner Anblick, aber es läuft gut. Okay. Wieder 5 Minuten 30. Also wieder eine mega lange Strecke. 5, 4, 3, 2, 1, los. Schaut da mal, ob ich es Vollgas geben, weil er sich ja einwühlt. Das haben wir ja gelernt. Kuppe, nicht schneiden. Links 6, 130. Links 5, links 3, über Kuppe. Rechts 6, über Kuppe, 60. Rechts 6, 60. Durchsenke. Links 3, nicht schneiden. Rechts halten, über Welle. Rechts 6, 60. Durchsenke. Links 3. Rechts halten, über Welle. Spritzwasser. Rechts 5, über Kuppe. Links 3, landen, nicht schneiden. Rechts 3, über Kuppe. Durchsenke, 60. Rechts 5, über Kuppe. Links 3, landen, nicht schneiden. Rechts 3, über Kuppe. Durchsenke, 60. Links 6, durchsenke. Boah, Wahnsinn. Links 4, über Kuppe. Durchsenke. Links 6, mittig halten, über Kuppe. Links 6, über Kuppe. 2, über Kuppe. Nicht schneiden. Rechts 5, links 6. 2, über Kuppe hat er noch gesagt. Links 6, über Kuppe. 2, über Kuppe. Nicht schneiden. Links 6. Rechts halten, über Kuppe. Rechts 4, links 6. Rechts 60, links 6. Rechts 5, über Kuppe. Achtung, Kuppe. Rechts 1, links 4, 100. Rechts 4, links 1. Welle, senke. Rechts 5, über Welle. Links 5. Rechts 6, 80. Rechts 4, links 1. Welle, senke. Rechts 5, über Welle. Links 5, rechts 6. Rechts 2, links 3. Rechts 4. In offene Kehre links. Lang, durchsenke. Nicht schneiden. In rechts 6, links halten, über Kuppe. Rechts 5. Links 1, Kuppe. Nicht schneiden. In rechts 2, lang. In links halten, über Kuppe. In rechts 1, lang. Macht auf. Nicht schneiden. In links 2, Kuppe. 60. Links 1, Kuppe. Nicht schneiden. In rechts 2, lang. Scheiße. In links halten, über Kuppe. In rechts 1, lang. Macht auf. Nicht schneiden. In links 2, Kuppe. 60. Rechts 2. Links 3, weiter geht's. Rechts 4. In offene Kehre links. Lang, durchsenke. Nicht schneiden. In rechts 6, links halten, über Kuppe. Rechts 5. Links 5. Rechts 4, über Kuppe. Links halten, durchsenke. Rechts 2, durchsenke. Links 3. Nicht schneiden. Links halten, über Kuppe. Rechts 6. In links 6, durchsenke. Rechts halten, über Welle. Rechts 5. Links 4. Oh, Mann. In 90 Grad links. Links 3. Rechts 4, 80. Nein! Zu eng! Fahr, du Schmuckel! Karre! Fuck! Rechts 6. Links 6. Rechts 5. Links 5, über Welle. Achtung, Kuppe. Rechts 1. Links 4, 100. Rechts 4. Links 1. Welle, senke. Rechts 5, über Welle. Links 5. Rechts 6. Links 6. Kuppe, senke. Rechts 6. Links 6. Rechts 5. Kuppe, nicht schneiden. Links 6. Links 6. Über Kuppe. 2, über Kuppe. Nicht schneiden. Rechts 5. Links 6. Rechts halten, über Kuppe. Hattet er da nicht irgendwas mit 5 gesagt? Links 3. Nicht schneiden. Rechts 4. Hätte ich gerne nochmal eine Wiederholung. In links 6. Nicht schneiden. 60. Rechts 6. In links 2 lang. Macht auf. Über Kreuzung. 60. Rechts 6. Ich muss schon nach vorne kommen. Rechts 3. Links 6. Über Kuppe. 80. Kuppe, senke. Rechts 6. Rechts 4. Über Kuppe. Durchsenke. Mittig halten. Über Kuppe. 60. 80. Durchsenke. Mittig halten. Übersprung. 100. Links 6. Kuppe. Senke. Rechts 6. Links 6. Rechts 5. Kuppe. Links 6. 130. Links 5. Links 3. Über Kuppe. Rechts 6. Über Kuppe. 60. Rechts halten. Über Kuppe. Ich bin so gut jetzt gefallen als erstes Stück. Ich bin immer noch nicht vorne. In links 6. 60. Links 6. Offene kehre links. Innen halten. Nicht schneiden. 60. Über Kuppe. Rechts 5. Durchsenke. Bis Ziel. Okay. Bring es zum Marshall. Boah Leute. Wenigstens erster geworden. Aber Hammer rennen. Ohne Scheiß. Dann könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, ob die Länge trotzdem okay ist. 25 Minuten. Guckt ihr euch das trotzdem an. Wenn es so lang ist. Weil dann würde ich das ruhig öfters machen. Dann muss ich das nicht so oft unterbrechen. Und so ist es für mich auch schöner. Platz 1. Platz 3. In der Meisterschaft. Nur leider erreicht. Weil ich es selber verkackt habe. Es ist wirklich. Ja. Nicht einfach. Es ist echt nicht einfach. Muss ich euch ganz ehrlich sagen. Aber wieder Geld gemacht. Das ist wichtig. Level aufgestiegen. 9. Fahrenswert. Okay. Haben wir jetzt die ganze Meisterschaft? Haben wir. Jetzt müssten wir uns fürs nächste Mal neue Autos kaufen. Ich sage damit vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Oder wir machen dann das. Das weiß ich noch nicht. Wir sind mit Rallye mit 29% schon fertig. Ich sage auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Bis morgen. Tschüss.